hallo leute sind wir wieder zu einem weiteren video minecraft skywars auf meinem kanal diesmal mit dem kit knüppeln und ich hoffe die runde wird gut wir müssen erstmal wieder den start gut bekommt also hinbekommen weil der start ist meistens das schwierigste finde ich so weil es manchmal direkt leute gibt die direkt auf einen gehen weil ich war jetzt nicht so unbedingt also so schlimm finde aber es ist halt ein bisschen naja wie soll man sagen bisschen nervig ich glaube dieser kommt schon direkt ja das meine ich sieht aus als eine knüppel wäre und jetzt jeder ok ist mir neu ich glaube da will uns nur anlocken jetzt geht er da geht einfach woanders ich glaube dann kann man sogar killen der rüstung das verstehe ich ok der war kein arbeiter oder so ja ich weiß dass einer kommt aber ich lasse ihn zu mir kommen warum soll ich denn hinbauen wenn er jetzt gerade kommt das verstehe ich nicht so ganz ok gehen wir doch mal hin weil wir haben die leute gerade irgendwie angst und falls sie also ich habe endlich mal micro lauter bekommen weil es war ja echt schrecklich dass es so leise war aber jetzt ist endlich mal lauter das war irgendwie auf leise eingestellt ich weiß nicht warum ist jetzt runtergefallen der ist einfach runtergefallen man so dafür haben wir das knüppel kid was direkt der nächste man ey das ist doch wieder so ein fns hätte ich mal wasser hingemachen ähm der ist ein bisschen dumm weil er mich einfach irgendwie kriegen könnte war schade ich würde findestens noch einmal hinten wollen ja der macht jetzt auch den t hin ja gut da hatten wir den knüppel wieder mal im einsatz ja eigentlich hätten wir schon fünf kills aber da sind ja wieder mal ein paar einfach runter gefallen so wie voll oft warum auch immer wir können uns mal besser oder befinden sie einfach auf dem boden gehe natürlich auch habe ich nichts gegen nur sind die ein bisschen dumm verzaubert halberkeit 10 aus der brust ist ja der nächste jetzt in der mitte ich hatte die mitte ist zwar gut aber es ist nervig dahin zu gehen weil der hat meistens eier und dann kann er dich wieder runter schützen so wie in der nächsten so in der letzten runde also in der letzten folge auf meinem kanal da ist ja dann schon mal ein bisschen besser da wird keine eier und schneebeln mehr gibt vielleicht gibt es hier wirklich nicht oder oder schwätzt denn nur ich bin mir nicht sicher ich vertraue ihm nicht ich glaube der andere spieler ist hier ich habe da gerade zwei blöcke auf einmal gehört okay der ist noch weiter oh wir haben nur ein steinschwert ne aber er auch digga ich fliege weiter als der obwohl ich den knüppel benutze das muss mir noch einer erklären schutz ja gibt's den ambos ich glaube nicht tnt kann man ja braucht man nicht aber nimm mal mit so 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 oh da haben wir noch ein wasser oh ich glaube der kommt jetzt gerade der hätte sogar dia sachen und so alles sogar mit schutz und allem zeug aber der hat einfach nicht die sachen genutzt also solche menschen gibt's auch noch es tut mir auch irgendwie im herzen leid ist der schon da doch nicht ich habe gerade irgendwie fußschritte gehört und weil ich nicht gelaufen bin kann ich es nicht gewesen sein gehen wir mal dann direkt auf den meint nicht eine ganz gute runde wenn die runde euch eigentlich gefallen hat dann gibt doch mal eine positive bewertung ähm und schreibt mal einen kommentar was ich mal wieder machen kann ähm ja was soll man da noch dazu sagen er baut sich hoch dann mach ich doch ne angel wenn das sich schon so anbietet das war nur zum angst machen aber ich geh auch mal hoch boah war das krass der hat mich ja fast umgebracht das finde ich jetzt nicht so wirklich mit wow warum wozu was bringt dem das jetzt der ist aber dumm der ist immer richtig dumm alter oder habe ich auch noch eine fiese methode das ist einfach so unlogisch warum macht man sowas warum warum alter das riecht einen richtig auf aber ich nehme die Folge trotzdem weil sie war eigentlich doch relativ gut auch wenn wir nicht gewonnen haben ich guck mal wie lang die Aufnahme schon geht die geht sieben Minuten naja ok dann was hast du für heute ich hoffe die Folge hat euch gefallen wenn ja dann lasst halt so ne positive Wettung da und wir sehen uns einfach im nächsten Partie da machs gut bis zum nächsten Mal die die Bis zum nächsten Mal.